Hallo und zurück zu Let's Play Resident Evil 6 Und dann schauen wir was wir Ada Wong finden Ok in der Tat was wohl immer noch Dinge jetzt Die Hose nicht und wir Müsste wohl jetzt aber mit dem Messer klarkommen Bisschen Munition finden zumindest Was zum Henker Toll Ich hab keine Ich hab keine Munition Ich hab keine Munition mehr Ob ich noch hier hatte oder sowas? Auch nicht, na super Was zum Wir sehen was untergetropft Offensichtlich nicht Wenn man leider bloß da etwas Munition hätte Und welche Uhr welche finden würde Ist das Schleim? Oh es war jemand da getropft Was ist das Schleimung? Soll ich das Schleimung? Was ist das Schleimung? Na toll Wir müssen wo ihr durch. Hey, Roger! Präumus, okay. Natsch Mensch mal Endlich Mugetur, wenn es noch wenig ist Besser und so viel Pistole besser als halt Achso, die Pistole hatte ich noch ein bisschen Mugetur Vorher Habe ich nur nicht gemerkt Na ok, auf jeden Fall, wenn ich nicht so viel Pistole habe Wollen wir nur die erste Mugetur mal ziehen Deswegen lasst du dir aus Oder auch nicht, egal Auf jeden Fall Habe ich bis heute etwas Mugetur, wenigstens Ja, jetzt zeige ich es Oh, bin ich gebrochen Ok Immer wieder erstmal nicht so viel Maschinengewehr Einfach mal ein Ziel, trotzdem Im wenigstens etwas Wenn ich höre nicht von hier aus Auch will ich nicht Ähm Ich hätte zwar auch nicht Ok, dann Tape hoch Tape hoch Tape hoch Ok, jetzt reicht's Ja, das ist Pistole Ja, das ist Pistole Ah, Munition Achso, das ist wohl schon voll Das ist Pistole Was haben wir da Ah, Pistole Und hier Und hier Testspunkte Ok Huah, jetzt habe ich es Das ist auch nicht genug Das ist mir auch nicht genug Wie sieht es jetzt aus? Ich meine, die Chance ist voll Jetzt aber Auf Ok, so Achso Hast mich gerade nicht drauf Ich mach mal los, du Ich trage hier einen Schabu Ach, du Scheiße Ach, du Scheiße Okay Was, das funktioniert Man hätte ja Es auch irgendwie funktioniert Aber Kunts auf den her Doch Also wieder was war Als ich habe wieder Also wieder Werte ich sie Und Bis sie die einem Teils werden Generiert hat Obwohl was zu heilen wäre, aber das ist nicht schlecht. Sie hat irgendwie die Haut, die wir jetzt nicht verbrauchen. Obwohl ich hatte noch was zu heilen. Hält mir da auf, aber... Etwa schauen. Sie leben! Ich spreche meinen Chef. Sie leben noch. Das ist so... Jawohl! Jawohl, das Ding! Neue Umbrella verfolgt! Captain! Verteilt! Mach diese verdammten Bieste plat! Hey man, man, Chris, die sind vielleicht die Anweisung gegeben, würde ich sagen. Captain, hier Marco! Sie haben einen bewaffneten Heli ins Spiel gebracht! Normale Waffen sind dann nutzlos! Wir müssen die beiden da unten beschützen! Mensch, wir müssen jetzt mal so uns an die Javo zu kümmern! Vergesst den Heli! Greif die Javo an! Ich zieh keinen wieder unten! Haben sie sich nicht so viel dann! Hä? Hä? Das ist der Punkt erreicht! Die Antwort ist nicht! Was machen wir jetzt? Wir erledigen die Feinde! Danach sind sie auf sich selbst gestellt! Sieg einen Javo und... Au! Oh, hier, 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 hier. oh fuck verdammt hey von wegen kommt hier Junge, bleib, henn ich mal, töd, Mensch. So, ja, meinst du nicht so, ja, meinst du nicht so, ja. Alter! Haben wir, sei hier, eine Koffer-Hesikopter aus! Auf sich ja! War von den Dingern! Und dann geht's Jorn. Ja! Ich würde eigentlich gerade heilen, naja, also auf jeden Fall mehr Arzt, die Dinger, die welche wäre, die jetzt hier liegen, oder die, die unten sind, kann ich euch von Klaus beschützen? Vergesst den Heli, greift die Javo an! Nein, mach es nix! Wir erledigen die Feinde! Darauf sind sie auf sich selbst gestellt! Ja! 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 ab die wäge also ich hätte ja auch abschießen ja wo ja wo ja wo ja wo ja wo ja wo ja gewährung die heute erkennen zu können also ja die bj also die jahre der jahre drauf Sieg mal! Oh, shit. Äh, ach so, verstehe. Ja, ich bin ein Gras-Hupfer von den Dingern. Ich bin nicht so ein Gras-Hupfer. Bis nur nicht, ich weiß nur nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Zielgruppe auskomme. Ich weiß nicht, ob ich die Zielgruppe auskomme. Vielleicht wäre es ja auch anders. Vielleicht hätte ich ganz aufhören, ich hätte das hier. Ich hätte das hier durch diesen Zielvios, dann wäre ich ja wohl hingekommen. Wer weiß also... Nein, egal. Fählen wir vielleicht noch heraus. Wo ging denn vielleicht? Vielleicht. Was haben wir denn hier in der Tat? eingeladen werfer spitze kräftig heute verholen ich also wechseln leute holt den heli runter wie ist mir egal hier hoch drei jahre treffen scheiße über schießen du hast mich in der ruhe menschen haben wir uns verstanden ich habe nicht viel verschwinden sorry bei der nächsten mal was ich zu tun habe ich habe hier sehen kann sofort schießen und wenn ich ihn ja wo sie dann kam gern und schießen der heli will seine arbeit werden hq kommt hier einfach der heli greift uns an leute holt den heli runter wie ist mir egal ja 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 auch das ja je ja 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 Das war's. Ich kann ihn! Schon wieder! Oh nein! Oh nein! Hechtlorn! Scheiße! Hechtlorn! 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 Nein, du schießt nicht mehr auf! Hechtlorn! 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 No! Wenn du schießt, verschießt, renn! Schon wieder! Was ist da drin? Perfekt! Moment, ich schaue wieder auf, wenn ich jetzt auch ein Ruhe auskauf bekomme. Ich schaue wieder auf, wenn ich jetzt auch ein Ruhe auskauf bekomme. Ich schaue wieder auf, wenn ich jetzt auch ein Ruhe auskauf bekomme. Teilwendig! Na also, geht doch! Ich schaue wieder auf, wenn ich jetzt ein Ruhe auskauf bekomme. Aber Neo Amrilla ist in Italien erwart mir nicht... Ich sagte, unsere Mission ist es, die BOWs zu erledigen. Teil der Mission ist, müssen wir irgendwo erfüllen. Ich verfolge die BOW. Ich lasse Eda nicht so davon kommen. Captain, bitte, überlegen Sie sich das! Ich lasse Eda nicht so auskauf. Ich lasse Eda nicht so auskauf. machen, aber ich wollte auch noch zur Ende kommen. Also bis dahin in dem nächsten Video schau das eben, bis wir die Bio-Würfisch also in dem nächsten Video, bis dahin bis dahin, 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 ciao.